Diese Folge wird euch präsentiert von MixMarkt. Weil ich das gesagt habe. Weil er das gesagt hat. Kannst du kurz halten? Bisschen tiefer? Ja. Okay, super. Ich danke dir. Komm näher. Eigentlich hatte ich heute einen Freitag. Weißt du, ich sollte nichts machen. Aber natürlich, Wolfgang hat gestern Maultaschen-Party bei ihm zu Hause gemacht. Und hat diese Pupock-Maultaschen gegessen. Direkt Durchfall bekommen. Und heute hat er mich angerufen und hat gesagt, ich komme nicht. Weißt du, ich wollte heute einfach entspannen. Nein, Wadig muss immer zur Arbeit kommen. Weißt du, eigentlich habe ich nichts repariert. Eigentlich habe ich nichts gemacht. Ich prüfe, ob die Leute hilfsbereit sind. Weißt du? Am besten kannst du kurz halten. Ja. Danke, Bruder. Na ja, 150 Zentimeter. Das geht gar nicht, ja? Hallo! Können Sie mir kurz helfen? Das Ding weg verloren, ja? Sie sind da? Dort? Nur, ich muss das zur Seite schieben. Kannst du mir helfen, zu tragen? Kannst du dort greifen, kurz? An diesem Ende, ja. Eins, zwei, drei. Nochmal. Eins, zwei, drei. Okay, du bist gefeuert, ja? Ein bisschen mehr pumpen muss man gehen, ja? Können Sie kurz halten, bitte? Ich brauche Hilfe. Können Sie das kurz halten, bitte ich Hilfe. Kannst du das kurz halten, kurz? Zwei Meter, siehst du? Und soll zweieinhalb Meter sein, geht gar nicht. Dankeschön, lass los, bitte. Oh, da haben wir uns getroffen. Warte, ich muss hier messen. Ja, noch im Rahmen. Okay, dankeschön, lass. Hier, hier ist die Grenze. Dominanz macht Großqualität. Achtung, Achtung. Hallo, liebe Besucher von Alexanderplatz. Mein Name ist Walding Junge, ich bin Hausmeister hier. Und eigentlich habe ich heute meinen freien Tag. Deswegen bitte ich euch alle, kein Müll schmeißen. Abstand halten, sie gut benehmen, weil ich will auch für ein Auto gehen. Und jetzt Applaus, alle für mich. Walding Junge, euer Hausmeister, ich bin immer für Sie da. Keiner hat mir natürlich Applaus gegeben, aber ich weiß, die Leute sind ein bisschen schüchtern, weißt du? Wolfgang, guck wie sauber das ist, guck wie sauber. Der Typ arbeitet gar nicht, weißt du? Der fängt gar nicht, weißt du? Bei mir, wenn ich putze, bei mir alles ist schmutzig, weil ich mache Schmutz weg von den Straßen. Kannst du kurz erzählen, was das ist? Wir tanzen zu koreanischer Pamu, wie kennst du es? Kannst du mir beibringen, deinen Tanz? So Pamu, ich kann auch tanzen. Zeig, zeig Pamu. Sehr gut, okay, ich habe meine Genehmigung. Hallo, Kollege, hast du gesehen? Ich habe dir Stopp gezeigt. Ich spreche nicht. Ich bin der Hausmeister hier, ich bin der Chef hier. Kein Schmutz hier. Kein Schmutz hier. Kein Schmutz hier. Ja, bitte schön. Was? Ja, tschau. Ja, tschau. Weißt du schon, dass das vermuten ist? Nein, wie? Also das hier, erstmal Alkoholpropaganda für Kinder. Zweitens? Ja. Sind Sie von der Stadt eingestellt? Ja. Kannst du auch versehen? Ja, das ist ja mein Hausmeister. Ich bin der Hausmeister. Willst du ein Zapp oder nicht stehen? So, wir machen es so, ja? Ich kriege ein Bier und dann vergessen wir das Problem. Ja, das kann ich verstehen. Ich brauche aber ein bisschen mehr Bier, um es hier zu vermissen. Okay, und jetzt? Ein einfach mal. Möglichst langsam, weil es nicht so allzu viel Schaum gibt. Also ich alleine trinke drei Bier zum Pfirschen. Ich trinke drei Bier. Haben die auch schon? Ja, ja. Du bist nicht der Einzige, Mann. Bleib. Jetzt geht los. Okay, und jetzt? Ja. Einfach schlucken, ja? Einfach schlucken. Schluck, schluck. Komm, es gibt Gas. Es gibt Gas. Das Ventil geht noch weiter auf. Komm. Jawoll. Voll auf. Ach, Mann, das war teuer. Ja! Das war's im Mund eben. Okay. Weißt du, jetzt bin ich ein bisschen betrunken. Weißt du, jetzt werde ich sofort so ein bisschen horny. Ich habe mir was gegeben und ich bin guter Hausmeister. Ich gebe was zurück. Geil. Das hier ist so russisch. Ich bin Russer. Das ist so russisch zum Bier. Zum Bier ist. Geil. Geil. Hey, 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 hey. Bitte. Und hier sind so Sonnenblumenkerne. Weißt du? Ja. Ja. Wir müssen sie links nehmen und aufklacken. Und schmeckt? Ja klar, Alter. Das ist für euch. Das ist massiver. So. Wo endet denn der Alexanderplatz? Ich habe mich dann geklärt. Die wissen wahrscheinlich. Also Genehmigung haben sie alles gut. Wir haben dir dafür gegeben, dass wir es noch dürfen. Alexander, genießt. Genießt. Ja. MashaAllah. Diese Brille. Alles gut? Habibi, was geht? Ich bin nass bisschen mit Bier. Alles gut. Ich schütze mit Bier. Weißt du? Was wollt ihr ein Geschenk von mir? Was denn? Hier. Das ist so russische Limonade. Kein Alkohol. Wallah. 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 Wallah schmeckt eigentlich. Wallah? Ja, es ist von Mixmark. Weißt du? Russischer Laden. Ihr seid Araber? Afghaner. Afghaner. Und das ist von russischem Markt. Haben Sie Wolfgang gesehen heute? Wolfgang. Wolfgang. Nicht Wolfgang. Nur die meinen Assistenten. Natürlich. Ich musste heute für ihn einspringen. Hallo. Hallo. Schönen Tag. Ebenfalls. Ich muss Kompliment geben. Warum? Sie haben so schöne Schnorres. Ja, er wird auch noch. Bei mir wächst nicht. Ja, er wird noch. Ich reibe schon Knoblauch ein. Ich mache schon alles. Hühnerscheiße. 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 Das ist das Beste, das habe ich dir gemacht. Hat bei Ihnen geholfen auch? Hat geholfen. Siehst du? Sie sind aus Österreich, ja? Ja. Man sieht direkt, weil Deutsche wollen nicht reden. Aber Österreich ist direkt offen. Entschuldigung. Kommen Sie aus Deutschland? Ja. Kann ich ein paar Fragen stellen? Okay, gut. Bitte absteigen, ja? Hallo. Was geht? Hast du Wolfgang gesehen? Ich glaube, die Richtung vorhin habe ich ihn da gesehen. Wolfgang ist heute. Er hat mir gesagt, er hat freigenommen. Recht? Er hat gesagt, du musst einspringen. Er hat gestern, du weißt, er kommt aus Stuttgart. Er hat, die haben eine Maultaschenparty gemacht zu Hause. Er hat vergammelte Maultaschen gegessen. Jetzt durchfallen den ganzen Tag. Ruft mir um 6 Uhr an, sagt, komm hier. Ja. Stopp. Stopp. Können Sie bitte Müll? Ja, ja. Entschuldigung. Danke. Hallo, was warst du da? Ich bin Hausmeister. Okay. Also jetzt noch... Ja. Okay, I'm coming down. Ja, ja. Dein Ausweis. Dein Ausweis jetzt. Leute, Applaus für Ausweis. Applaus. Okay. Hinten Augen kochen, ja? Okay. Ladies and gentlemen. Applaus für mal die Kugel. Ich bin so genannt. Großqualitäten. Jetzt leiser sein, okay? Hallo. Ciao. 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 Hallo. Ich bin Hausmeister hier. Ich bin Waltik Junge, Hausmeister. Und ich will mit euch Dance Battle machen. Macht Musik, ich zeige euch wie man tanzt. Walzer? Was willst du? Walzer? Techno. Alles klar, Techno. So, gib's ihm, gib ihm, gib ihm. Gut. Das ist sehr gut. Sehr gut. Ich würde dich besser hören. Jetzt seid ihr dran. Das ist ein Battle. Beim Battle sind wir zwei. Partei. Jetzt. Ihr seid alle gefeuert. Applaus für mich und für die Jungs. Du heilertest dich? Wann? Nächste Woche? Glückwunsch. Ja. Ja. Nächste Woche? Du bist auch ein bisschen Single, oder? Ein bisschen. Ein bisschen. Wir können zum Beispiel abhauen nach Baden-Baden oder so. Für zwei Euro für heute Abend, wenn du vielleicht nach Baden-Baden fährst? Wer benutzt das doch? Weißt du, das ist für Loser. Weißt du, ich mag so richtig mit Gefühl. Du weißt schon was? Essensitiv. Ja, Schatz? Wo sonst? Am Alexanderplatz am Arbeiten. Ich habe dir erzählt, dass Wolfgang ist abgesprungen. Ich habe dir das heute früh gesagt, ich musste reinspringen wegen Wolfgang. Okay, ich komme. Schrei jetzt nicht so. Ich bin gleich da. Beautiful hat angerufen. Ich habe ganz vergessen, dass wir heute romantisches Date hatten. Ich muss jetzt schnell einkaufen und jemanden finden, der für mich arbeiten kann. Ich muss jetzt schnell weg. Ich muss jetzt zu meiner Frau. Du musst ein bisschen meine Arbeit machen hier. Und so bis hier alles durchklopfen, ja? Ja. So. Mach so drei Stunden hier ganze Gleis lang, ja? Okay. Ich danke dir, Ehrenmann. Ja. Mach das. So, okay. Yay. Wer ist? Ich muss doch neuer Hausmeister sein. Ja. Halt. Ich muss kurz helfen, ja? Okay. So. Kannst du kurz halten bitte? Und du hier? Ja. Kannst du mir das geben? Weil deine Hände sind... Halte mit beiden Händen, ja? Ja. Okay. Und du bitte guck in die Richtung. Da kontrolliere dort. Und du bitte in die Richtung, ja? Ich hoffe, die nehmen mir das nicht böse. Was soll ich machen? Wenn ich jetzt zu Beautiful ohne Essen komme, dann denken sie, ich bin ein Loser. Date mit Wadig und Beautiful. Mittwoch. Kein Plan, um wieviel Uhr. Kein Applaus, es ist verboten. Ich bin hier. Haha. Bist du Polizei? Nein. Ich bin Hausmeister. Ich bin Hausmeister. Oh! Du bist immer per kurawatsch. Okay, okay, okay. Hallo! Hilfe! Hilfe! Schau, wie aggressiv die sind. Sechzerei oder was? Ja? Soll ich helfen? Nee, danke, aber grüß dich. Ja, hallo. Wolfgang hat bestimmt was wieder verpasst, ja? Hat es heute nicht in der Stimmung, siehst du? Kannst du auch so Schwanz machen? Halt, Stopp! Abonniere meinen Kanal, schreib fünf Kommentare für die Trends, massagiere Glocke, um Benachrichtigung zu aktivieren. Auf Wiedersehen! Die A estavaり! Halt, Stopp! Nummer fahren! Bis zum nächsten Mal.